Die Vechs Wir müssen diesen Nexus aufhalten und den Geist zerstören, der ihn lenkt. Okay, machen wir uns auf die Suche nach diesem Nexus. Okay, machen wir uns auf. Hm, da sind mehrere Servitoren. Sie blockieren den Pfad zum Nexus. Du musst sie erledigen. Okay. 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 Das war's. 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 Das war's für heute. Okay, die obere Ebene ist offen. Okay, die sind offen. Das war's. Okay. Wir kommen näher. Ich registriere eine riesige Woge in der Ausgabungsstätte unter uns. Wenn das dein Nexus ist, wird er stärker. Untertitelung im Auftrag des ZDF. Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was? Was ist das? Was? 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 Was ist das? Was? 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 Was?